Am heutigen Samstag finden in der dritten Liga sechs Partien statt. Weißbox erfahrt ihr, wo die Partien des Sex-Spieltags im TV und Livestream zu sehen sind. Zum Auftakt des Sex-Spieltags am Freitagabend siegte 1860 München mit 2 zu 0 gegen Energie Cottbus 3. Liga heute live alle Partien im Überblick 14.00 Uhr SV Meppen Hansa Rostock 14.00 Uhr Karlsruher SC Sportfreunde Lotte 14.00 Uhr Würzburger Kickers SV Wehen 14.00 Uhr Hallescher SC VfL Osnabrück 14.00 Uhr SPVGG Unterhaching Eintracht Braunschweig 14.00 Uhr Preußen Münster KFC Lördingen 3. Liga heute live TV Übertragung und Livestream wie immer sind auch sämtliche Partien des Sex-Spieltags bei Telekom Sport im TV und Livestream zu sehen. Das Abonnement von Telekom Sport kostet pro Monat 9,95 Euro, wobei Telekom-Kunden die Spiele ohne extra Gebühren verfolgen können. Außerdem zeigt die ARD und ihre Tochter Sender über die Saison verteilt 86 Spiele im deutschen FreeTV 3.00 Uhr. Liga, wo kann ich Preußen Münster gegen KFC Lördingen sehen? Am sechsten Spieltag wird die Partie zwischen Preußen Münster und KFC Lördingen beim WDR im deutschen FreeTV und Livestream zu sehen sein. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff. TV Übertragung Livestream WDR HD Telekom Sport WDR Live Telekom Sport 3.00 Uhr. Liga, wo kann ich SPVGG Unterhaching gegen Eintracht Braunschweig sehen? Ebenso wird die Partie zwischen Unterhaching und Eintracht Braunschweig im deutschen FreeTV zu sehen sein. Sowohl der BR als auch der NDR übertragen die Partie live. TV Übertragung Livestream BR NDR Telekom Sport BR NDR Telekom Sport 3.00 Uhr. Liga, das obere Tabellendrittel Platz Team SPS UNT GDFP 1 VFL Osnabrück 5 3 2 0 9 3 6 1 1 2 SPVGG Unterhaching 5 3 2 0 9 5 4 1 1 3 Kaffkürdingen 0 5 5 3 1 1 7 5 2 1 0 4 Fsi Kallzeis Jena 5 3 1 1 8 8 0 1 0 5 Hallescher FC 5 3 0 2 7 4 3 9 6 Skarpreußen 06 Münster 5 3 0 2 8 7 1 9 Mehr bei Spox, Würzburg, Wien heute live, TV Übertragung, Livestream, Live-DK, Leverkusen gegen Wolfsburg heute live, VfB Stuttgart gegen den FC Bayern heute live.